zum ersten mal wurde ein ureinwohner von bolivien präsident evo morales als erster präsident von den ureinwohnern ist gleichzeitig auch der einzige in ganz amerika er stammt aus aymara ein volk aus südamerika die schon tausend jahre vor christus existierten sie lebten für eine lange zeit in frieden und sicherheit bis dann die inkas anfang 15 jahrhundert kamen sie eroberten und sie versklavten und als wäre das nicht schlimm genug kamen die spanier noch obendrauf sie entdeckten bolivien anfang 16 jahrhundert kolonisierten das land und versklavten die inkas sowohl auch die aymara fressen oder gefressen werden das unterdrückte volk von evo morales musste jahrhundertelang durch blutige harte zeiten nach schlechten zeiten kommen gute zeiten und präsident morales bereitet sich vor für die schlechten zeiten denn auch er teilt die gleichen ansichten wie präsident maduro und zeigt den widerstand gegen die imperialisten und kapitalisten ein mann aus dem volk der die souveränität seines landes beschützen will